have fun, hier ist euer Avram zurück in Assassin's Creed Valhalla und wir sind in Gloucester Chaya und wir befinden uns in der Mission Die Erste Nacht von Samhain. Das ist der Teil von Die Geschichte von beiden Mann, Kapitel 1. Albor trifft in Gloucester Chaya ein, um Gunnars Vermehlung und den Samhain-Festigkeiten beizuwohnen. Dazu sollen wir erstmal mit Gunnar reden. Geist. 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 Da bist du ja, Gunnar. Und mit einem Lächeln, wie ich es lange nicht mehr gesehen habe. Hier drüben! Elvor! Wusste ich doch, dass ich dich gerochen habe. Gunnar, du warst so schnell von zu Hause weg. Ich dachte, eine Valkyria hätte dich entführt. So war es auch, diese Valkyria hier. Brigid, Quell meines Herzens, das ist Elvor. Nur eine besondere Frau könnte unseren Gunnar bändigen. Wavendim da, mit Maisy Grilly. Auch schön, dich kennenzulernen. Wie hast du hier mitten im Nirgendwo eine Frau gefunden? Sie kam durch die Siedlung und verkaufte Runen. Sie strahlte heller als jeder ihrer Steine. Sie bot mir einen Handel an. Eine Rune für eine Brosche, die ich gerade machte. Ein guter Tausch für mich. Aber sie liebt dieses kleine hässliche Ding. Hast du Familie, Brigid? Brigs Mama und Papa waren die letzte Hohepriesterin und der Aldermann. Sie sind nicht mehr hier, aber der jetzige Aldermann sorgt für sie. Ich würde diesen Aldermann gern treffen, wenn eure Familien jetzt vereint werden. Eine Verbindung geschmiedet in Liebe. Komm, suchen wir ihn. Und gib mir nicht die Schuld, wenn er ein, zwei Sachen über dich gehört hat. Kommst du mit Brig? Dem Jolch. Ich habe die Bagswahrer sichergestellt, dass Elvor war, dass ich nicht mehr schlau. Gut, dann verschwenden wir mal keine Zeit. Der Aldermann hat also vielleicht ein, zwei Geschichten über mich gehört? Nicht nur von mir. Dein Name wird noch über Jahre auf den Lippen jedes Galden sein. Hm. Und umherstreifende Wikinger beunruhigen die Merser hier nicht? Sie kommen von überall her, um Sarwin zu feiern. Die meisten sind zu sehr mit den Vorbereitungen beschäftigt, um auf uns zu achten. Sarwin? Dafür sind diese geschnitzten Wurzeln? Für diesen Brauch? Genau. Lichter mit Gesichtern, um böse Geister abzuwehren und die Kinder heimzuführen. Sie sehen zum Fürchten aus. Lass uns ein paar davon mitnehmen. Hm. Da ist der Aldermann. Kanon! Ein guter Anführer, der sich um die Sorgen seiner Leute kümmert. Gehen wir zu ihm, wenn er fertig ist. Gut. Dann stelle ich dich erst mal Tudor vor. Die Hände kalt und feucht wie ein toter Barsch, aber das Herz am rechten Fleck. Er wird Kanons Nachfolger als Aldermann. Tudor, das ist Eivor, meine Clanführerin. Ah, ja. So wie Gunnar von dir sprach, erwartete ich... Mich auf einem geflügelten Pferd? Dass ich Kranke und Blinde heile? Seine Schmeicheleien sind so stumpf wie sein Hammer. Ah, mehr Heiden, die sich an unseren Tisch drängen. Wundervoll. Was führt dich her? Habe ich dir etwas getan? Ich bin nur für die Hochzeit hier. Wo ich herkomme, vergiften wir den Brunnen der Freundschaft nicht so vorschnell. Was hat die Freundschaft der Dänen dem christlichen Mercier gebracht? Könige von Gottes Gnaden durch Handpuppen ersetzt. Diese Handpuppen beschützen euer Land und füllen eure Bäuche. Ich will keinen Dank. Nur Gastfreundschaft. Äpfel! Eivor, warte, bis du den Apfelwein probiert hast. Den magst du doch, oder? Tudor, Apfelwein? Du musst Eivor sein. Tudor, ich sehe, du hast unseren Ehrengast schon begrüßt. Du kommst gerade rechtzeitig für mein letztes Sarwin. Auf deinen Wunsch heißen wir alle Heiden willkommen, die nach Gottes Glauekäster kommen. Tudor, als dein Erntekönig verlange ich, dass du dir die Rübe aus dem Arsch ziehst und fröhlich bist. Du bist also hier, um die Familie zu treffen, bevor er meine Brigitte fortbringt, um die Braut eines Schmieds zu werden? Wir fühlen uns geehrt, dass sie Teil des Rabenclans wird. Doch das Grün hier können wir kaum überbieten. In dieser nebligen Jahreszeit muss ich mein Mädchen und mein Land fortgeben. Doch Gunnar ist ein guter Mann und er spricht ständig von dir. Wenn ihr mich bitte entschuldigt. Ich muss mich noch um etwas kümmern. Ach ja, der Schrein. Bei so vielen Dieben und Bestien hier läuft man glatt Gefahr, im Dienste Gottes umzukommen. Canon, ich brauche keine Heidin zum Schutz. Oh, er wird in den besten Jahren niedergestreckt, ohne eine Erinnerung an warme Schenkel oder Apfelwein, um sich im Jenseits daran zu erfreuen. Bei meiner Ehre. Dann werde ich nicht ruhen, bis er wohlbehaltend zurück ist. Einverstanden, Tudor? Dann bin ich wohl überstimmt. Nur was will eine Dänen bei der Preisung des heiligen Kühnechelm? Gott wird weinen. Meine Geliebte, ruft Eivor. Falls du dich anschließen willst, wir gehen nachher noch zu einem Mummenspiel. Geht. Möget ihr eine eiserne Freundschaft schmieden, aber gebt auf Feen, Sumpfwesen und Böses acht. Ich muss einem Gelübde beiwohnen, einen Lehrling einführen und ein Schwein schlachten. Sollen wir? Ja. Die Menschen brauchen Gründe zum Feiern, vor allem vor Wintereinbruch. Ein Fest bringt Wärme und Freude. Das Licht Gottes schwindet in kalten Nächten nicht. Doch die Winter sind hart für die Kinder. Sehr rumtollend zu sehen. Macht einem das Herz leicht. Gibt es Priester in euren Landen? Ich habe wenige getroffen und noch weniger gemocht. Das Weltliche wurde hier nie hinterfragt. Ich allein stehe für die Neuordnung ein. Sie sind eine Herde, die eines Schäfers bedarf. Und wie wirst du diese großen Änderungen einleiten? Sie werden in die Kirchen strömen und wir werden dem Herrn für seine Gaben danken. Und nicht den falschen Götzen aus Holz und Lehm. Und doch beten wir vor dem Abbild eines anderen? Oder ist dieser Künechhelm dein Gott? Nein. So nennen wir ihn auch nicht. Er ist nur dem Ohr des Herrn näher. Dort, auf der Weit unter Dornen verloren, liegt Künechhelm zum König erkoren. Ist es hier nicht wunderschön, Eivor? Ja. Siehst du? Der Weg ist frei von Gefahr. Deine Begleitung ist nicht von Nöten. Du bist ein wärmerer Mensch als die Maske, die du trägst. Und du wirst mich nicht los. Ich werde mein Wort gegenüber Kenon halten und dich sicher zurückbringen. Ich verstehe diese christlichen Gebete nicht. Ich danke Odin im Stehen. Warum sich die Knie schmutzig machen? Um uns vor Gott demütig zu zeigen. Zudem habe ich mir schon bei Schlimmerem die Knie schmutzig gemacht. Das klingt nach einer Geschichte, der ich gern mein Ohr leihen würde. Bitte, Eivor. Ich muss beten. Sollte ich zusehen oder mich wegdrehen? Oh Herr, schenke deinem unwürdigen Diener dein höchstes Gut. Geduld. Ich werde dein Gebet nicht unterbrechen müssen, um dich zu beschützen. Und doch kannst du es anscheinend nicht lassen. Was hast du denn bitte gesehen? Ein Hasen? Bring dich in Sicherheit. Such dir ein Versteck. Wo kommen die her? Wo kommen die Knie? Puh, das war knapp. Puh, das war knapp. Ich bin kein Kleinkind, das im Wald ständig bewacht werden muss. Geh ohne mich vor. Ich gab keinen Mann. Du findest mich beim Fest. Du findest mich beim Fest. Hier bin ich. Also, welche Abenteuer hast du ohne mich erlebt? Ich habe Tudor zum Schrein eines christlichen Heiligen gebracht. Der Weg war nicht ganz friedlich. Ein paar Keiler machten ihre Aufwartung. Odd, but paths now usually serve. To the Brevo. Aber du hast ihm die Haut gerettet? Ich bin die Zimmerin als Tudor gezügelt. Ich brauche was zu trinken. Dann probiere den Apfelwein aus der letzten Ernte. Skull. Skull. Wir halten ihre anderweltlichen Besucher für verfressen. Und wenn du wie einer aussiehst, hast du auch was davon. Einfach so? Das kenne ich sonst nur von Festmalen. Dann machen wir ein Untier aus dir und lassen dich für Speis und Trank über die Hügel streifen. Das ist doch keine Verkleidung. Nur ein Umhang und ein paar Knochen. Nach was? Du verkörperst die Marilud perfekt. Dann ziehen wir mal los. Werde zu Marilud, dem Geist, der für Kuchen und Ehe singt. Und du darfst den Umhang nicht ablegen, bis wir wieder gehen. Ich behalte ihn an. Doch selbst mit einem Messer an der Kehle bringt man mich nicht auf Befehl zum Singen. Schade. Ich kenne deine Stimme. Glockenklar. Lerchen fallen von Neid vom Himmel. Gunnar, wenn sonst niemand so angezogen... Klapp, klapp. Bitte, was willst du denn? Oh, Marilud. Stimmt, stimmt. Wir haben dieses Jahr Kuchen statt Bier. Saubennacht und der Mond erwacht. Marilud spukt an der Tür. Jetzt sollen wir als Marilud gehen. Das ist so... Ich finde mich so ein bisschen an Halloween, die Geschichte. Aber das ist nett. Das Kostüm braucht ihr auch noch später. Süß will ich essen. Bin wie besessen. Kam sogar her dafür. Hier, Süßes für Marilud. Du hast es dir verdient. Spielst du die Rolle eines trickreichen Geists? Können trickreiche Geister sehen? Die Augenlöcher dieser Maske sind furchtbar. Es braucht nur eine Maske und süße Kuchen, um dich in einen fröhlichen Skalden zu verwandeln. Ich werde nicht singen, Gunnar. Dann in die Nebel der Nacht gericht. Bist du bereit, mit mir zu reimen? Geradeaus vor meinem Haus sieht man den Schleier schon? Ich gehe umher, klopp viel und sehr. Will Kuchen und Bier zum Lohn. Sehr gut gereimt! Ach, Kerle, die zu viel trinken, machen den Kleinen Angst. Guten... Den Gattern sei Dank! Wir warten schon den ganzen Abend auf Kinder, damit wir die Sachen loswerden und wir feiern gehen können. Nimm etwas mehr! Sieh sich einer die Kuchen an! Honig süß, Gunnar! Guck dir das an! Gunnar? Meine Kuchen. Sieh für mich, Sühnen. Gunnar! Ach, dieser Verräter! Ich sagte, nimm deine falschen Götter und verpiss dich in dein vollgeschissenes Erdloch! Du bist entweder furchtlos oder dumm, Junge, dass du so mit einem vom Raben-Clan sprichst. Hassender Name für Plünderer! Flugratten, die nehmen, was ihnen nicht gehört! Ich picke dir die Augen aus und gebe sie deinem Gott zu fressen! Gunnar, wir sind hier Gäste. Lass ihn gehen und wir ziehen weiter. Du willst dir heute unbedingt die Nase brechen? Da helfe ich gern! Christ, im Tor! Du wirst so krass! Euch sollten wir lebendig verbrennen! Bist du sicher, dass du nicht in Glow-Orchester bleiben willst? Die wissen, wie man Spaß hat! Abweig, denne Wahlern learners** Da hast du auch nicht gedacht! Nein, Tor,ете especial! Mein Bellen! Go now! Bianufallis Mechallon! Traum жизmer! Genug! Schlägereien gehören auf die andere Seite des Flusses. Hier sind Kinder. Du hast mir nichts zu sagen, Drude. Thomas Pfeilmacher, ich habe dich in diese Welt gebracht. Dir das Geburtsblut deiner Mutter abgewischt. Hüte deine Zunge. Dann zeig mal das Bein her. Ist nichts Schlimmes. Vorsicht mit dem alten Mann. Seine vielen Winter zählen selbst schon als Wunden. Danke für deine Hilfe. Die Leute ertränken sich zu Sawin in Ael. Aber ich fürchte um den zerbrechlichen Frieden, wenn Tudor alter Mann wird. Ich diene voll. Regal es, ob ich sehr puer. Dieser Kerl nannte dich eine Drude. Ich führe jene, die in Glowekester den alten Bräuchen folgen. Aber meine Heilkunst biete ich auf beiden Seiten des Flusses an. Gwennet, Liebes. Geh zurück zum Haus und bring mir die Knoblauchsalbe. Und die Würmer? Reinigen wir oder schneiden wir, Mutter? Ja, bring sicherheitshalber auch die Würmer. Nun geh, Kind. Ich verspreche, ich schneide es nicht ab, ehe du zurück bist. Ey ihr, gib mir Kraft! Mein Mann Modron ist nun, nämlich Hugh Murtowisch, Gudran. Schön, dass ihr meine tödliche Wunde alle so lustig findet. Geh, Eivor. Vergnüge dich und versuch, Tudor ein bisschen locker zu machen. Modron, du musst sein Bein nicht retten. Ich hätte da Verständnis. Das Bein wird schon wieder. Aber keine Arznei Englerlands vermag sein Gesabber aufzuhalten. Ich kann keine Wunder wirken. Ich kann nicht sein. Ich kann nicht sein, oder? Ich kann nicht sein. Ich kann nicht sein. Ich kann nicht sein. Geh, Eivorisch. Wie ist das? Ich kann mich nicht überstecken. Hüh, man muss ein bisschen öffnen, Fünf, drei Mann. Fünf, drei Mann. Übersteck. Fünf, drei Mann. Mit bitterem Ale und lieben Freunden, ein gutes Ende für einen Tag. Für einen Geschorenen des Christenherrn hast du viele Narben, Gwillem. Nicht jeder mit einer Tonsur ist ein Abteillämpchen. Ich fand zu Gott, nachdem meine Seele bereits von Sünden vernarrt war. Auf heilige Feuer und feuchte Augen, im besten Rausch lässt man sich treiben auf Wogen der Weisheit. Skor! Was ist das? Das war's für heute. ist etwa schon Nächster Halt ist der Boden. Nicht ins Fass, hörst du? Der Helmet! Gut gemacht, Judah! Eine Wohltat für meine Seele. Hier, ich gebe noch einen aus. Auf neue und alte Verbündete. Von allen Aldermännern, die ich traf, scheinst du mir der Sorgloseste. Was ist dein Geheimnis? Es gibt keins. Es ist wohl bekannt. Die Last, die ich trage, wird bald die Welt mit mir verlassen. Trink also. Auf mein Leben und meinen Tod. Ich werde als König der Ernte im Weidenmann geopfert. So wie Aldermann Simkin vor mir und alle vor ihm. Ein schrecklicher barbarischer Brauch. Ein Brandopfer nach einem schlechten Jahr. Sie hoffen, satte Götter sind gnädiger. Deine Leute sind dir treu ergeben, Cannon. Es scheint eine Verschwendung, dein Leben wegzuwerfen. Würde ich meine Pflichten vernachlässigen, wären sie mir nicht mehr so ergeben. Ich werde ruhmreich in den Flammen sterben, statt lebend meine Heimat zu ersticken. Trinken wir also. Auf Aldermann Cannon. Voll Freude und Großzügigkeit soll ihm jeder begegnen, bis ihn der Tod ereilt. Meine Freunde, ihr seid zu gütig. Ich will auf meinen Nachfolger trinken, Judah. Möge er die Hörner erhobenen Hauptes tragen. Lash, was ist das? Wasser? Ich fühle mich wie Thor, der Meere leer säuft. Keine Wirkung auf Kopf oder Beine. Ihr habt die Frau gehört. Gebt ihr etwas Stärkeres. Dies wird schneller wirken als jedes Gebräu. Gut. Ich will Bilder aller Wesen sehen, die in diesen Hügeln hausen und morgen mit Kopfschmerzen dafür zahlen. Ach, das schmeckt schrecklich. Fühlt sich aber gut an. Eivor, sei ehrlich. Ohne Rücksicht auf mich. Ich war ein Arsch. Leugne es nicht. Und das... das tut mir leid. Der Arsch eines riesigen Pferdes. Sanfte Worte von einer herzlosen Heidin. Nur unter schlechten Freunden brenne ich ungezähmt. Ich kann auch so nett wie eine Frühlingsbrise sein. Und wie nett wäre das? Sehr, sehr nett. Ich glaube, ich mag dich sogar mehr, wenn du gemein bist. Tudor, unsere Stämme verbinden sich durch die Hochzeit von Gunnar und Brigitte. Aber wir könnten uns auch durch einen Schwur binden. Oh ja. Mein erstes Bündnis als Aldermann. Ich nehme an. Leisten wir einen Schwur. Wie beginnen wir? Ja, der Beste. Der Beste Vertrag und das Beste Bündnis. Auf den Vertrag. Auf den Vertrag. Den Besten. Die Leute schlafen. Mehr Ale, um unsere Freundschaft zu besiegen? Hier lang. Hier lang. Pass auf die... die schwarze Sau auf. Sau? Ein Schwein? Ein brennendes Schwein, das dich nachts nach Hause jagt? Albernheiten, um Kindern Angst zu machen? Für dich ist Zauberei nur Stoff für Kinderträume? Vielleicht urteile ich zu viel über Wahrheiten, die ich nur halb glaube. Manchmal geht meine Zunge mit mir durch. Ich muss pissen. Große Schwärze jagt Sterne über den Himmel. Ein Gewirbel aus Farbe und Licht. Schwusch. Wir sind da. Hier. Genau hier rein. Mir ist warm. Ist ihr warm? Hier ist es immer warm. Seltsam, dass ihr nicht nackt rumlauft. Ja. Ja. Ähm. Also. Komm doch rein. Schraubabbat. Jura, wo bist du? 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 Jura, wo bist du?